Wenn euch unser Inhalt gefällt, dann drückt bitte den Like-Button und teilt dieses Video mit euren Freunden. Stellt sicher, dass ihr bis zum Ende dran bleibt, um spannende Updates nicht zu verpassen. Und vergesst nicht, eure Gedanken und Fragen in den Kommentaren zu hinterlassen. Funktion. Um Faktoren einer gegebenen Zahl zu finden. Aufbruch zu einer Quest, um die Faktoren, die Bausteine unserer Zahl, zu enthüllen. Ein Faktor entdeckt, eine perfekte Teilung, kein Rest bleibt übrig. Die Liste der Faktoren, ein vollständiges Set, zurückgegeben an den Aufrufer. Funktion. Um Faktoren mit einem Balkendiagramm zu plotten. Die Bühne vorbereiten, unsere Leinwand wartet darauf, die Geschichte der Faktoren zu erzählen. Jeder Faktor steigt, ein Balken im Diagramm, erreicht seinen Wert. Beschriftung der x-Achse, eine Liste der Faktoren in Reihenfolge. Die y-Achse, ein Maß für die Größe, jeder Tick ein Zeugnis der Teilbarkeit. Der Titel des Diagramms, verkündet das Thema unserer mathematischen Erzählung. Markierung der x-Achse, jeder Faktor notiert, eine Position der Ehre. Mit einer eleganten Geste wird die Handlung enthüllt, Faktoren in grafischer Pracht dargestellt. Hauptsegment, um eine Zahl zu akzeptieren und ihre Faktoren zu visualisieren. Eine Aufforderung zur Eingabe, die Zahl wartet, ihre Faktoren noch unbekannt. Die Berechnung beginnt, eine Reise, um das Wesen der Zahl zu enthüllen. Die Visualisierung beginnt, Zahlen in eine visuelle Erzählung übersetzt. Wir haben gerade gesehen, wie das Programm funktioniert und uns die Ergebnisse angeschaut. Wenn Ihnen das gefallen hat und Sie den Inhalt nützlich fanden, vergessen Sie bitte nicht, zu liken, zu abonnieren und mit anderen zu teilen, die davon profitieren könnten. Wenn Sie tiefergehende Unterstützung oder Ingenieurberatung benötigen, besuchen Sie eProgrammer.com.